hi leute willkommen zu einem neuen filmzitatevideo diesmal aus dem film fight club viel spaß zwischen diesen riesigen schwitzenden titten so gewaltig wie man sich die von gott vorstellen würde erste regel ihr verliert kein wort über dem fight club zweite regel ihr verliert kein wort über den fight club dritte regel wenn jemand stopp ruft schlapp macht abklopft ist der kampf vorbei vierte regel es kämpfen jeweils nur zwei fünfte regel nur ein kampf auf einmal leute sechste regel keine händen keine schuhe siebte regel die kämpfe dauern genau so lange wie sie dauern müssen achte und letzte regel wer neu ist im fight club muss kämpfen alles was du hast hat irgendwann dich also wir werden die woche aufteilen ok also du gehst zu lymphomen und zu tuberkulose du gehst zu tuberkulose das kommt nicht so gut mit meinem rauchen ok schön bitte hodenkrebs dürfte ja wohl klar sein nicht also eigentlich habe ich noch eher eine berechtigung als du du hast immer noch eier das ist ein scherz oder keine ahnung glaubst du chloe sah wie die lächelnde ausgabe von meryl streep's gerippe das auf partys rumlief und besonders nett zu allem war der fight club das war teilers und mein geschenk unser geschenk an die welt ist jetzt völlig abjunge ich musste einfach etwas schönes kaputt machen du hast mich in einer seltsamen phase meines lebens getroffen eine notausstiegsprozedur in zehntausend metern höhe die illusion sicher zu sein eine ganze generation zappt benzin räumt tischer ab und schuftet als schreibtischsklaven durch die werbung sind wir heiß auf klamotten und autos machen dann jobs die wir hassen und kaufen dann scheiß den wir nicht brauchen wir sind die zeitgeburt zweitgeboren in dieser geschichte leute männer ohne zweck ohne ziel wir haben keinen großen krieg keine große depression unser großer krieg ist ein spiritueller unsere große depression ist unser leben wir wurden durch das fernsehen in dem glauben aufgezogen dass wir allemal millionäre werden filmgötter rockstars werden wir aber nicht und das wird uns langsam klar und wir sind kurz ganz kurz vorm ausrasten ich bin jacks entflammtes gefühl der ablehnung mann der typ hat eier wie eiswürfel mit simplen haushaltsartikeln kann man diverse sprengstoffe zusammen mixen wirklich wenn einem der sinn danach steht sein name ist robert potzen sein name ist robert potzen wenn ich einen tumor hätte würde ich ihn maler nennen maler der kleine kratzer am gaumen der abheilen würde wenn man nur aufhören könnte mit der zunge dran rum zu fummeln aber man kann nicht was machen sie wie machen ich meine beruflich wieso damit sie interesse heucheln können okay vielen dank fürs zuhören vielleicht kommentiert ihr liked ihr oder teilt das video oder abonniert meinen kanal würde mich freuen auf jeden fall bis zum nächsten video alles gute und wir sehen uns bzw hören uns bis dann ciao